149 Millionen Kilometer soll es betragen. Aber wie kommt es, dass ich diese jesuitische Erzählung von Sonne, Mond und Sterne irgendwie ein kleines bisschen anzweifle? Glaubst du wirklich, dass sie dich in allem anderen anlügen, dass sich die Balken biegen aber bei diesem Modell des Universums sagen, sie, die Wahrheit? Nach der offiziellen Geschichte hat das Weltall eine Temperatur von minus 273,15 Grad Celsius. Licht und Wärme sind demnach acht Minuten zur Erde unterwegs. Wärme wird also acht Minuten lang Schock gefroren. Was denkst du, kommt nach acht Minuten Schock frieren hier noch an? Sie, lügen uns allumfänglich an. Ohne Ausnahme.